Wuthering Waves Anfänger Guide Deutsch. In diesem Video werde ich dir alles erklären, was du wissen musst, um in diesem Spiel so richtig durchzustarten. Hierbei handelt es sich um ein Gacha-Game, was sich vor allem darauf konzentriert, verschiedene Charaktere hochzuleveln, spannende Maps zu erkunden und immer stärkere Bosse zu besiegen. Auch die eigene Story, die Entwicklung des Charakters Rover, auch Main Character oder MC genannt, ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Es hat sehr, sehr großen Hype erfahren und deswegen will ich dir jetzt alles erklären, was du als Beginner wissen musst. Hier habe ich mir eine schöne Szenerie ausgesucht. Ich kann ja mal die Map öffnen. Wir fangen erstmal an mit der Map. Die könnt ihr mit M euch anschauen. Ihr seht, die ist riesig groß. Es gibt wunderschöne Gebiete zu erkunden. Also hier gibt es wirklich Szenen, wo du denkst, das sieht so krass aus für ein Free-to-Play-Spiel. Das ist wirklich Wahnsinn. Ihr steuert euren Charakter ganz normal mit WASD. Das kennt ihr ja vielleicht aus vielen Games dieser Art, wo man halt seinen Charakter steuert. Und das Kampfsystem ist auch sehr, sehr einfach und sehr dynamisch. Das werde ich euch gleich zeigen. Ich wollte hier nur mal die coole Map zeigen. Wir können ja mal runterfliegen zu so ein paar Monstern, damit ich euch das Kampfsystem kurz vorstellen kann. Und ja, ihr seht schon, diese Maps in diesem Spiel sind unglaublich geil. Fangen wir an mit dem Kampfsystem. Das so erklären wir ja ganz praktisch. Das ist nämlich anders als in anderen Spielen. Hier habt ihr nämlich drei Charaktere zur selben Zeit, zwischen denen ihr immer so hin und her swappen könnt. Und der Ausbau eben dieser Charaktere ist ein Hauptbestandteil des Spiels. Ihr habt hier sogar Attack und Titan Elemente in dem Spiel. Das ist auch sehr nah. So, wir müssen hier nur ein paar Feinde finden, dann haben wir es gleich. Hier unten dürften welche sein. So, ihr könnt euch auch sehr schnell bewegen in dem Spiel, was auch ein großer Vorteil ist im Vergleich zu anderen Spielen. Mit der rechten Maustaste könnt ihr euch sehr schnell fortbewegen. Ein wichtiger Tipp noch, manche Leute spielen das Spiel auch auf Mobile. Ist nicht so empfehlenswert. Ist nicht so empfehlenswert, das Spiel auf Mobile zu spielen. So, hier müssen so ein paar Schildkröten sein, die wir gleich besiegen können. Dann gucke ich mal, wo die sich hier schon wieder verstecken. Ah, da können wir sogar noch eine Schatztruhe suchen. Und genau. Wenn ihr anfangt, werdet ihr erstmal mit sehr viel Quest-Dialog zugeballert. Das werden so die ersten Missionen sein. Da würde ich euch einfach empfehlen, dem Tutorial zu folgen. Und eben die Missionen ganz normal zu erfüllen. Dann kommt ihr irgendwann in den Bereich, wo ihr mehr so frei die Map erkunden könnt, was, wie ich finde, der bessere Teil des Spiels ist. Und wir haben auch endlich Gegner gefunden. Das hat ein bisschen gedauert. So, ihr seht, ihr habt verschiedene Tasten. Da erkläre ich gleich alles noch. Links-Klick ist Auto-Attack. Dann haben wir noch die Echo-Verwandlung. Echo, das werde ich noch alle erklären. Ja, die Ultimate ist auch cool, weil die Ultimate in dem Spiel hat immer so eine kleine Cutscene. Das ist bei jedem Charakter der Fall. Hier können wir schon mal ein Echo absorbieren. Nice. Und hier kriegen wir noch eine kleine Belohnung. Ja, was Allianz-EP, Astrides und so sind, erkläre ich alles noch. Ich wollte nur kurz das Kampfsystem und so ein bisschen die Map-Erkundung vorstellen, weil das ist ein großer Bestandteil des Spiels. Ihr könnt euch irgendwann den Schatzdetektor holen. Wo ihr den herkriegt, habe ich auch schon erklärt. Könntest dann drücken. Und hier haben wir schon alles gecleart. Aber hier ist noch zum Beispiel, da wäre zum Beispiel eine Kiste, da wäre noch eine Quest, die wir machen können. So. Genau. Wie entwickelt ihr eure Charaktere? Am Anfang einfach die Tutorial- und Mainquest machen. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr seid bei eurer Quest, ihr könnt die Alt-Taste drücken, dann kommt der Cursor und dann könnt ihr hier raufklicken. Und bei euch wird vor allem bei den Hauptquests noch ganz, ganz viel stehen. Bei mir, ich habe jetzt alle, die ich bei meinem Level gemacht habe, schon erledigt. Aber bei euch werden hier ganz viele stehen, die ihr als allererstes immer machen solltet. Da gibt es noch ganz viele Nebenquests, tägliche Quests und so weiter und so fort. Dadurch levelt ihr hauptsächlich eure Charaktere. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr mal, ganz wichtig, auch immer hier klicken. Hier kriegt ihr ganz viel Gratis-Zeug. Ich muss mal gucken, wo Shang-Li ist. Haben die das noch mit Shang-Li? Weil du hast hier so viel Zeug gratis bekommen durch Shang-Li. Aber nee, das Event haben wir entfernt. Das ist auch vorbei gewesen. Aber zum Beispiel, hier gibt es ein cooles Event. Da konnte man, die Map ist neu gekommen, Spuren des Berges für Maman. Und da konnte man ganz viel von dieser nützlichen Estride-Währung kriegen. Warum die so nützlich ist, erkläre ich noch. So, wie ihr eure Charaktere noch levelt, ist aber auch durch so Boss-Herausforderungen. Da könnt ihr hier, da oben so ein bisschen gucken. Hier gibt es zum Beispiel doppelte XP. Das erkläre ich dann alles auch noch. Aber auch die Boss-Herausforderungen geben euch gute Drops. Und das hier ist eben Unions-Level-XP. Und vor allem wollt ihr euer Unions-Level stetig ausbauen. Wenn ihr nicht wisst, welches Unions-Level habt ihr, einfach wieder Alt drücken hier auf diesen kleinen Punkt. Und da steht, also hier heißt es Allianz-EP. Im Englischen sagt man Union-Level. Onion-Level witzigerweise. Und das benutzt man eher. Aber in der deutschen Variante ist Allianz-Stufe. Naja, mein Gott. Genau, hier, ich bin jetzt schon 42, was ganz okay ist. Zurzeit ist es maximal 60. Und das Wichtige ist, dass ihr halt diese Allianz-Stufe hochlevelt. Vor allem durch die Haupt-Quests, halt die ganzen anderen Sachen. Weil, nur so könnt ihr eure Charaktere hochleveln. Ja, zum Beispiel, meine Rover ist hier Level 70. Und wenn ich die jetzt weiter ausbauen möchte, geht nicht. Weil hier müsste ich erst so eine Aufstiegs-Quest machen. Dafür brauche ich ein höheres Unions-Level. Ich glaube, Unions-Stufe 50 oder so. Sprich, deswegen immer das als erstes leveln. So. Hätten wir das erklärt. Was ist noch wichtig? Zusammenrufen können wir nochmal erklären. Das nennt man auch Pullen. Ja, der Teil ist sehr, sehr wichtig. Hier könnt ihr halt besondere Charaktere pullen. Das ist so der Grund, warum viele Leute so gehypt sind wegen diesem Spiel. Ja. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Denn wie ihr sehen könnt, gibt es hier zum Beispiel Jin-Shi, was ein atemberaubend guter Charakter ist. Und bald gibt es auch, ähm, wie heißt sie? Shang-Li. Shang-Li gibt es auch bald. Sprich, hier könnt ihr wirklich sehr coole Charaktere pullen. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute Geld ausgeben für das Spiel. Also einmal für diese zusätzliche Ausrüstung geben viele Leute Geld aus. Aber auch für Charaktere. Ihr braucht diese Charaktere nicht zwingend. Die Leute holen die sich einfach nur, weil sie sie cool finden. Aber ihr braucht die nicht zwingend. Ihr könnt alles durchspielen mit Main-Character Rover. Und den gibt es halt kostenlos hier. Ja. Den hat jeder automatisch. Dann gibt es auch so einen Banner, mit dem ihr euch coole Charaktere holen könnt. Da habe ich mir zum Beispiel Verena geholt. Es stand jetzt der beste Support. Und hier könnt ihr immer auf euer Team klicken und gucken, ähm, ja, was für Gier haben eure Charaktere. Was für Echos sind ausgerüstet. Echos geben euch zum einen passive Stats, aber auch, äh, haben eine. Der vordere hat immer auch eine aktive Fähigkeit. Die anderen geben euch passive Boni, ne. Die können ja noch zu hochstufen und sowas. Wird aber jetzt an der Stelle zu weit gehen. Hier könnt ihr eure Fähigkeiten ausbauen. Müssen wir auch einiges nochmal. Und hier gibt es dann nochmal so besondere Upgrades für euren Charakter. Ja, was auch ziemlich wichtig ist, tatsächlich. Ähm, hier bei Rover habe ich zum Beispiel schon zwei davon ausgebaut. Genau. Ähm. Hätten wir die Resonatoren erklärt. Wir könnten Teambuilding nochmal kurz erklären. Alter, dieser Blitz da mit. Und meine Güte. Sommergewitter. Sommergewitter. So. Genau. Hier habt ihr euer Team. Ähm. Ich will nicht zu sehr ins Teambuilding gehen für den Anfang. Reicht dieses Team ja locker auf. Wir haben hier einmal Main DPS, Fusion DPS und dann Supporter. Reicht auch. Ja. Ähm. Es kommt auch immer auf den Bosskampf an, auf die Herausforderungen an. Zum Beispiel gibt es auch den Turm der Widrigkeiten in dem Spiel. Ich muss mal kurz gucken, wo der ist. Also, der Turm der Widrigkeiten, da habt ihr dann immer relativ schwierige Herausforderungen, wo ihr noch bessere Teams braucht und so weiter und so fort. Hier ist es, ne? Genau. Da habt ihr dann so spezielle Herausforderungen, wo ihr mehr aufs Teambuilding achten müsst. Den meisten Content könnt ihr einfach mit Rover durchkloppen, muss man ganz klar so sagen. Können ja woanders hingehen, dieses Gewitter nervt mich. Wir können ja nochmal zu neuen Maps gehen. Die finde ich zum Beispiel auch richtig geil. Das ist eine meiner Lieblingsmaps. Wie kommen wir nochmal hier hoch? War das das Ding hier? Ich glaube, man kann auch Ski fahren in dem Spiel, was lustig ist. Ich überlege, was noch für Anfänger wichtig ist. Ich muss gleich mal überlegen, was wir noch erklären könnten. Jetzt ist hier auch Nacht in dem Gebiet. Oh, es war auch der falsche Teleport. Ich wäre nämlich ganz hoch. Machen wir es nochmal ordentlich. Was ist noch wichtig? Wenn ihr jetzt wirklich neu seid in dem Spiel, kommt erstmal ganz viel Quest-Dialog. Laber, 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 Quest, Quest, Quest. Das kommt, ihr werdet zugetextet mit Quest und leider ist die Story am Anfang des Spiels nicht gut. Hä? Ich wollte doch da hoch. Das war doch der richtige. Oder war das hier? Weil man konnte eigentlich so cool auf diesen Gipfel. Dann habe ich mich da eben verguckt. Egal. Ihr müsst am Anfang relativ nervige, langweilige Story machen. Ah ja, das war doch der Gipfel. Sieht nur nachts so komisch aus. Am Anfang müsst ihr relativ langweilige Story-Quests machen. Ja, da würde ich euch empfehlen, skippt einfach den Content so schnell wie es geht. Skip, skip, skip. Einfach durch da. Ja. So, in dem Level, wo ich jetzt bin, Allianz Stufe 40+, da wird der Content schon besser. Gerade der Content mit Jinxi und Shangli hier mit dem neuen Gebiet war schon besser als alles davor. Aber davor gab es auch ziemlich einen uninteressanten Content. Also da braucht ihr euch nichts aufschreiben von den Quest-Dialogen oder so. Die meisten Leute skippten das einfach. Die Atmosphäre in dem Spiel ist halt mega geil. Guck mal, dieser Schnee hier alleine. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Das ist schon so gut, ne? Finde ich mega. Genau. Und guck mal, allein wie so ein Tor hier aussieht. Das Tor sieht schon mega sick aus. Das ist einfach nur ein Tor. Die Hauptmap ist ja dahinter. Genau. Ähm. Was ist noch wichtig? Also. Ihr kriegt ganz viel auch als Free-to-Play-Spieler hier umsonst. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist wichtig zu verstehen. Denn vielen Spielen dieser Art müsst ihr relativ viel cachen, um viel zu bekommen. Ich würde euch eins empfehlen. Guckt immer hier, gerade wenn so ein rotes Ausrufezeichen an diesem Event-Dinger ist. Da kriegt ihr teilweise so viel Zeug umsonst. Ja, das ist, ähm, ganz, ganz so. Hier, guck mal, das hat man zum Beispiel, äh, nur durch Logins bekommen. Da gab es auch so ein Ding von Shangli, aber das ist jetzt irgendwie weg. Keine Ahnung. Was von Jinzy haben sie noch da gelassen. Hier, da gibt es so viel Zeug umsonst, was ihr alles mitnehmen könnt. Auch als Free-to-Play. Äh. Die Echoes könnten wir vielleicht noch ein bisschen erklären. Achso, das war Pullen. Lol. Pionier-Podcast kriegt ihr auch Stuff umsonst. Braucht man nicht so viel zu sagen. Ähm. Immer wenn irgendwo ein rotes Ausrufezeichen ist, mal gucken. Da gibt es meistens was umsonst. Bei Trophäen könnt ihr euch auch immer noch ein bisschen Asteroids abholen. Also, die braucht ihr dann halt, um zu Pullen oder um besseres Gear für eure Charaktere zu holen und so weiter. Und gleich eins noch mitgenommen. Was können wir noch erklären? Tutorials. Tatsächlich wird hier alles erklärt. Alle speziellen Interaktionen werden nochmal erklärt. Hier bei Tutorials ist es auch ganz nützlich. Laden könnt ihr euch vor allem so Premium-Zeug holen. Na, da gibt es auch als Free-to-Play manchmal so umsonst Dinger. Die könnt ihr euch dann auch mitnehmen. Äh. Echos wäre vielleicht nochmal spannend. Ja, Echo-Upgrade gibt es genug Guides. Dazu muss ich, glaube ich, nicht besonders in den Detail drauf eingehen. Es gibt halt verschiedene Stufen der Echos. Äh. Relativ. Wenn ihr so bei Datenbankstufe 20 irgendwann seid, habt ihr goldene Echos. Das sind die besten. Die könnt ihr noch hoch tunen. Kann man eigentlich sein Echo ohne Feinde einsetzen? Zum Beispiel hier, das ist Streamless. Mega nice. Genau. Ähm, ja. Ansonsten habt Spaß an dem Spiel. Erkundet die Map. Es gibt auch einen Koop-Modus, aber den nutzt eigentlich niemand. Hier, das liebe ich so an diesem Spiel. Guckt ihr diese riesigen Maps an, Alter. Das ist der Wahnsinn. Das ist so gut gemacht, ne? Ja. Das ist mega, mega nice. Es ist hier noch so ein Windcleaner. Es geht halt wirklich viel um Map-Erkundung. Neue Feinde besiegen. Stärkere Feinde besiegen. Wir können ja noch zum Abschluss einen Kampf machen. Äh, außerdem würde ich euch den Subreddit Wuthering Guide empfehlen, wenn ihr mal bei einer Quest nicht weiterkommt. Wenn ihr irgendwo mal Schwierigkeiten habt. Es gibt so einen Subreddit, der heißt Wuthering Guide. Ist so ein bisschen kleiner als der Main-Reddit von Wuthering Raves, aber bei dem Main-Ding löschen die meistens eure Postings und so. Warte, ist das der 120er? Ne, das ist der 73er. Würde ich sagen, machen wir den mal kurz. Oder ist das dieses komplette OP-Field? Es könnte auch sein, dass es dieses komplette OP-Field ist. Ne, ne, ne. Das ist, glaube ich, ne. Wir machen hier nochmal einen kleineren Kampf. Und ja, ansonsten würde ich euch sagen, habt Spaß bei dem Spiel. Erkundet das Spiel. Es hat eine sehr coole Community. Die Leute lieben einfach die Charakter-Designs. Die Leute lieben einfach die Story dann auch in den späteren Verläufen des Spiels. Am Anfang nicht. Die Story am Anfang ist nicht so gut vom Spiel, leider. Das könnten die noch verbessern vielleicht. Ha, wen juckt's? Geht ja eh mehr so ums Late-Game, End-Game. Deswegen spielen die meistens. Ja, die Anfangsstory müsst ihr ertragen, tatsächlich. Die ist nicht so spannend, kann man so sagen, wie es ist. Ja. Was soll man noch groß sagen? Wenn ihr noch Fragen habt, die man vielleicht in einem Anfangs-Guide erklären könnte, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich muss sagen, es ist eins der besten Free-to-Play-Spieler, was ich je gespielt habe. Mehr kann ich nicht. Also, großes Lob. Meiner ist für ein Free-to-Play tatsächlich nur 10 von 10. Ich wüsste nicht, was man besser machen soll. Es ist perfekt für ein Free-to-Play-Spiel. Weil du kannst dir halt coole Charaktere kaufen, die du aber wiederum nicht zwingend brauchst. Das ist halt das Coole an dem Spiel. Sprich, du kannst den normalen Content einfach durchspielen mit Rover, aber irgendwann brauchst du halt bessere Teams. Ich bin mir nicht sicher, ob man alles mit so Standard-Charakteren machen kann. Aber vieles kannst du auf jeden Fall mit Rover machen. So, wieder mein Dreamless-Echo. Bisschen Drops gesammelt. Wo haben wir jetzt die Melone? Hier. Ja, Leute, das war mein Wuthering Raves Anfänger-Guide auf Deutsch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn irgendwas nicht klar war oder so. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Spiel. Es ist wie bereits gesagt, ungelogen das beste Free-to-Play, was ich je gespielt habe. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit dem Spiel. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.